Yes! Hallo! Gute Nacht! Hallo, verehrte Ladies und Dungeons. Verehrte Minecraft-Community. Willkommen zurück zu Feed the Beast. Warum machen wir das eigentlich jetzt immer so im Nachrichten-Stil? Wir müssen uns dann wieder was Neues einfallen lassen. Wer kam eigentlich auf die Idee? Ich nicht. Pico, eindeutig Pico. Na gut, ich war's. Außer es war eine gute Idee, dann war es nicht Pico. Ich fand's voll cool. Ah, ich sehe die Mauer sehr gut. Ich fliege jetzt nach Hause. Mein Jetpack ist immer noch halb voll. Was? Fliegst du gar nicht durch die Gegend, oder was? Ich bin Sir Sparsam. Sir Lancelot. Ich bin Captain Sparsam. Das ist meine Superkraft. Sparsam sein? Ja, Sparsamkeit. Oho. Bin da, Leute! Juhu! Herzlich willkommen zurück. Was haben wir heute vor? Wir holen heute einen Spawner an die Oberwelt. Yeah! Das wird voll cool, ey. Habt ihr noch die Farbe im Kopf, Leute? Habt ihr noch die Farbe im Kopf? Blau, hellblau. Also eigentlich ist es egal, weil jeder... Jede Farbe ist neben einem Spawner. Ihr könnt euch die Farbe jetzt aussuchen. Okay. Oho. Oho. Was ist denn hier bloß? Alter, das Spiel hängt. Wenn ich durch das Portal gehe, dann kriege ich Damage. Oh Mann, ich wollte gerade hier ein Rezept nachschauen. Jetzt habe ich fünf Minuten gewartet, bis es anzeigt. Und dann kommt da so ein Zombie und ein Oven, ich muss weggehen. Ich muss ja auch die Farbe. Ich muss ja auch die Farbe schlafen. Ja, dann bett. Tschüss. Piu, 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 Piu. Penis. Guten Morgen. Piu. Okay. So. Wo ist denn dein Portal alles? Oben auf dem Dach. Bist du schon reingegangen? Nee. Da kann man gar nicht reingehen. Doch, kann man sogar. Was denn? Ich habe das normal gesetzt. Alter, das Portal, das ist ja voll... Das ist kaputt. So richtig schön schlecht. Was kannst du eigentlich? Oh Mann. Hast du es geschafft? Nein. Ah, jetzt. Hab's geschafft. Warum hast du es auf den Boden gesetzt? Weil ich das immer so mache. Alter, man kommt hier gar nicht mehr raus dann. Boah. Ihr seid dabei jetzt beide reingegangen. Das war eine Falle. Jetzt lösche ich die Portal. Man kommt nicht mehr raus hier. Soll ich das nochmal umsetzen? Nein, ich habe schon umgesetzt. Okay. Jetzt macht sich jeder ein Portal dahin. Sicher ist sicher. Zack. Wo bin ich, Alter? Okay. So, das sollen wir jetzt mitnehmen. Ich baue es mal ab, okay? Ja. Loll. Was denn? Das ist bei euch auch noch da. Soll ich eine Fackel setzen? Was ist das Portal? Ne, mein Portal ist weg. Aber hier ist Pikos Portal deswegen. Und dein Portal. Das geht irgendwie nicht. Soll ich eine Pressure Plate? Dann mach auch eine Pressure Plate. Pressure Plate. Pressur Platte, bitte. Da. Machst du mal? Ja, mach. Ja, du hast den doch. Hä, was? Piko? Die ist doch hier. Ach so. Hier. Ja, schön. Jetzt hängt es da oben drin, ey. In der Suppe. Au, au. Das geht gar nicht. Haben wir jetzt eine Pressure Plate verloren? Sonst müssen wir das, können wir das so durchs Portal schicken? Probieren wir mal, ob du das mitnehmen kannst. Oh ja. Aber einen Spawner hier zu haben, ist aber jetzt auch nicht so. Doch, doch. Hier fast. Im Licht? Genau. Warte mal. Sie scheint das ja nicht zu gehen mit dem mitnehmen, oder? Doch, warte mal. Ähm. Ja, setz den mal da rein. Aber setz den mal auf den Stein. Ich möchte noch was probieren. Stein? Da kommen aber schon Spinnen raus, ne? Ja, bring mal mit. Ja, die töten wir ja alle. Setz den mal da drauf, bitte. Kommen da jetzt immer noch Spinnen raus, oder kommen da jetzt... Also da ist jedenfalls nur eine Spinne drinnen. Also ich kenn's von früher, wenn du Spawnern an die Welt gebracht hast, oder oben frei war, dann kamen halt Schweine raus. Das war grad ein Schwein gespawnt, oder? Glaub ich. Ja. So soll das nämlich auch sein. Echt ein Schwein gespawnt? Ich glaub, also ich hab, glaub ich, im Augenblick was gesehen. Warte, ich, ich guck mir das jetzt mal an. Sehr spannend. Ich geh da weiter. Ich setz mich auf die Mauer und schau mir das an. Auf der Mauer. Auf der Mauer. Auf der Mauer. Das ist ein kleiner Schawo. Aber da passiert nix grade. Ne. Also ich brauche... Was ist denn ein Apiarist Chest? Aha. Das ist was ganz, ganz besonderes, Raffi. Okay. Okay. Bin ich auch was besonderes? Natürlich. Du bist auch irgendwie ganz was besonderes. Ganz, ganz, ganz besonderes. Das hast du sogar nett gesagt. Das war kein Kompliment. Okay, ich hab meine Portals wieder weggemacht. Vernünftig, vernünftig. Warum mach ich jetzt nen Chest? Was soll denn das denn? Jo. Ich kümmere mich jetzt um unseren Bienenhaushalt. Ja, ja. Wenn ich dann weiß wie das geht. Bischen kochen. Zähne putzen. So, ich hab noch meine Büsche. Das ist das Wichtigste. Kombe. 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 Welche Sprache ist das? Das ist Englisch. Ob das glaubst du oder nicht. Krass. Wo hast du meinen Buschen getan, Raffi? Den neuen? In meiner Hose. Oh ne, das piekst du auch, hast du gesagt. Das hätte jetzt nicht sein müssen, ne? Ganz ehrlich. Dein Busch. Warte. Der ist... Gute Frage. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ich sag's dir gleich. Bin grad konzentriert. Okay, ich hab ein Piehaus. Hier unten in der Chest, glaub ich. In welcher? Da unten, bei den Bären? In der Essen-Chest halt. Achso, okay. Gut. Weiß ich Bescheid. Ah. So, Jungs. Lasst den Wald hier drüben mal bitte ganz, okay? Im Westen, okay. Marloberry. Achso, der ist aber für draußen, ne? Im Süden. Ja, für draußen. Seid mehr Variation ist noch. Ich möchte einfach mal gucken, wie die aussehen. Also Jungs, hier im Süden bitte alle in Ruhe lassen den Wald, weil da ist jetzt die Heimat von unseren schönen Bienen. Oh. Oh. Feuer, Feuer, Feuer. Feuer frei, ja. Ich weiß genau, was ich da für ein Feuerzeug benutze. Das Gute. Das Raffigniter. Hilf mir mal beim Bienen aussuchen. Okay, Moment. Ich nehme die, die blinken. Was sollen wir damit jetzt aussuchen? Hä? Ich verstehe das nicht. Ich habe davon zu wenig Ahnung. Ich habe ja auch keine Ahnung davon. Ich nehme mal Valiant Princess. Kann ich dir das da reintun? Oh, ist das romantisch. Oh. Achso, und das ist jetzt... Die produziert jetzt, oder was? Ich habe... Ich weiß es nicht. Die bewegt sich so ein bisschen. Habe ich gerade gesehen. Muss ich da jetzt noch eine Drohne reintun, oder was? Ich glaube schon, ne? Nein, nur eine Statfest-Drohne rein. Und vielleicht auch Honey. Vielleicht verstehen die sich ja nicht. Warum ist oben rechts so ein No-Drone-Symbol? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Jetzt, Bienensex. Oh, 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 oh! Und jetzt hat sie die verheizt, oder was? Guck mal, das Ding raucht. Alter! Oh, da hat sich jetzt die Biene rum! Schön! Sehr schön! Ist das geil, oder was? Was passiert jetzt? Achso, ich glaube, rechts steht ja der Ablauf, wenn du da mal drauf klickst. Oder? Kann das sein? Nee, hä? Temperatur. Womit jetzt hier? 70%? Ich brauche die richtige Temperatur. Ja, dann heiz doch! Los! Hol mal ein Feuerzeug. Hol mal ein Feuerzeug. Hol mal ein Feuerzeug. Muss wir da vielleicht Zuerst rein tun? No flowers. No flowers. Wir müssen den Blümchen sehen. Ja. Hive members are not finding the right flowers. Wir müssen den Blumen geben. Jetzt brauchen die für Blumen gelbe oder rote. Keine Ahnung. Ich hole schon. Hab schon. Echt? Was? Wie hast du schon? Wir haben doch hier unser altes Twilight-Portal. Ah, ich bin zuerst da. Stimmt, da drüben waren auch welche. Blumen. Hast du genug? Ja, hab ich genug. So, Blumen haben sie jetzt. Oh, jetzt fliegen sie wieder rum. Oh, sind die süß. Ich setze da noch einmal rot. Für die Variation. Temperatur ist normal. Der Bienenstock ist nicht überhitzt. Kernschmelze steht nicht bevor. So heiß ging's da jetzt auch nicht zur Sache. Okay. Ich möchte mal sehen, was jetzt hier passiert. Das sind aber faule Bienen. Da passiert ja gar nichts. Did you know? Ich hab längst an. Ich glaub fast. Die brauchen noch einen Mine-Card, damit das hier funktioniert. Oh, da ist ein Zucker drin. Woah. Aber jetzt tut das Mine-Card weg. Ja, Zucker ist jetzt eigentlich so besonders, ne? Achso, Moment. Die bauen jetzt bestimmt drum rum. Da kommt jetzt Uran raus oder so. Die bauen jetzt bestimmt noch drum rum. Uran-Bienen. Ich schau mir das noch ein bisschen an. Sieht ganz interessant aus. Obwohl, ne. Ich mach grad mal was anderes. Das ist Zucker jetzt. Warte, kann ich unten nochmal eine Drohne reinmachen, glaubst du? Klar. Nimm mal Rinder mit. Ach ne, bin ich falsch. Verdammt. Braucht jemand Brot? Ne, ich hab noch gar kein Brot gegessen bisher. Okay. Ich hab noch 64 Stück hier. 64 Stück. Wee. Stückes. Kannst du mal dein Mine-Card da weg tun? Mal Pico. Ich war's nicht. Okay, ich hab's einfach an die Drohne reingetan. Macht aber irgendwie nix. Wann ist eigentlich Penis-Time? Äh, jetzt. Genau. Jetzt? Es ist nie zu spät für Penis-Time. Eben. So, ich hatte einen Begleiter bei dem Bett hingestellt, Schau. Einen Begleiter? Mhm. Was denn? So, und zwar kommt die Kommentarfrage von 1, 2, 3, 4. Ey, Bob. Wusste ich doch, dass ihr mit der Gravity Gun viel Spaß habt. Ja, das war unter der Folge mit der Gravity Gun. Und zwar, Kommentarfrage. Was haltet ihr von den unterschiedlich schweren Abi-Prüfungen in den verschiedenen Bundesländern? Zum Beispiel ist ja in Bayern das Abitur am schwersten. Mhm. Ist das so? Ja, ist wirklich so. Wofür gibt's denn das Zentralabitur, wenn's dann doch noch Unterschiede gibt? Hä? Berechtigte Frage. Es gibt doch Zentralabitur. Hä, wie Zentralabitur? Ja, für alle Bundesländer gleich. Ja, das wird aber erst eingeführt. Das gibt's ja noch nicht. Doch. Nein. Also, ich hab schon Zentralabitur geschrieben, oder? Ich hab das erste Zentralabitur geschrieben. Ja, ja. Ich auch. Das wundere ich jetzt halt. Das war aber, glaub ich, noch nicht für... Nee, für Bayern gab's das noch nicht, weil da war die Kutsche des Königs noch nicht angekommen mit den Nachrichten. Oh. Der Postbote, der das Pferd ist verendet unterwegs. Aber, ja, wir können das ja trotzdem mal so annehmen, wie's dargestellt wurde. Ich muss sagen, ich fang gern mal an. Cool. Ich find, das ist immer so Jammern auf hohem Niveau. Schule, anstrengend, und ich mein, im Endeffekt lernst du alles, was du brauchst. Und ob die Prüfungen jetzt wirklich schwerer sind, wenn du alles gelernt hast, dann kannst du auch alles. Also, ich find, das ist wirklich immer Jammerei, so was Schule angeht. Du sagst also, wir Fühler sind faul. Nö, aber wer sagt, äh, ich versteh das nicht, und äh, ja, solche Sachen, der hat sich meiner Meinung nach nicht genug angestrengt. Oder ist halt nicht verstanden und sich dann nicht genug angestrengt. Also, das kann man sehen, wie man möchte, ich bin da halt sehr, sehr streng. Auch so diese Sache mit, äh, mein Lehrer mag mich nicht. Bullshit! Bullshit! Finde ich das. Also, ich bin da sehr, sehr streng. Müsste halt so hinnehmen, ne? Ja. Ja, nochmal, also, ich find auch, mit den Lehrern jetzt nochmal da kurz hinzukommen, auch wenn das was anderes ist als das Abitur, ähm, ich find auch, 99% liegt an sich selbst eigentlich, aber der Lehrer hat halt auch einen kleinen Anzahl, ob man jetzt motiviert ist für das Fach, oder ob er eben nicht, also... Ja, aber ich mein, ob er dir jetzt was beibringt oder so, ne? Also, das... Ja, genau. Der Lehrer bringt dir trotzdem was bei, auch wenn er dich nicht mag. Naja, manche besser, manche weniger. Und, aber letztendlich liegt's halt wirklich an dir. Aber zu dem unterschiedlichen Abitur, ich find's schön, dass das jedenfalls vereint oder verallgemeinern wollen, dass jeder das gleiche Abitur schreibt, ähm, damit die Unterschiede halt auch nicht so groß sind und für mich ist es schön oder für mich wäre es schön, weil wir unser Abitur dann wahrscheinlich leichter kriegen würden. Aber jetzt mal so als Frage, lernst du in Bayern was anderes als in anderen Bundesländern? Lernst du da mehr oder... Eigentlich müsstest du ja weniger lernen, wenn's schwerer wär, oder wie? Oder wie? Oder wie seh ich das? Nein, was, hä? Ja, was macht das Abitur in solchen Bundesländern schwerer? Ja, wahrscheinlich... Die Prüfung oder der schlechte Lehrerstoff? Der Lehrplan höchstwahrscheinlich. Ja, eben, ich hab keinen Vergleich jetzt, einfach mal so. Aber ich schätze mal, man macht überall den gleichen Stoff, aber die Aufgaben sind halt schwerer gestellt. Schätze ich mal. Das kommt ja auch auf die Lehre halt an. Also, ne? Ja. Zu einem Teil auch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass in Deutschland das wirklich so unterschiedlich ist. Also, ich mein... Also, es gibt auf jeden Fall Unterschiede, zum Beispiel in Bayern und, was weiß ich, Ostländern und so weiter. Aber, naja, man sollte halt nicht so viel rumweinen wegen der ganzen Sache, oder sich da Übelsätze, keine Ahnung, im Kopf machen oder so. Im Grunde lernt man ja alles das Gleiche. Man liest vielleicht ein anderes Buch in einigen Ländern, aber sonst... Naja. Sag mal eine gute Frage, was ist eigentlich so viel schwerer in Bayern? Die Sprache. Das liegt daran, dass die Schüler immer besoffen sind. Hey. Im Oktoberfest. Genau. Die Schüler feiern ganzjährig Oktoberfest. Deswegen können die nicht lernen und deswegen... Tja. Deswegen ist das Abitur schwer. Genau. Also, eigentlich gibt's ja für mich nur zwei Möglichkeiten, wie so ein Abitur schwerer sein kann. Also, entweder sind die Prüfungen schwerer oder der Lehrstoff schlechter. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die es gibt, meiner Meinung nach. Ja. Cool, ja. Und ich hab ja so in den vergangenen Jahren eigentlich immer gehört, dass Bayern somit zum besten Bundesland gehört. Also, kannst du ja am Lehrplan oder so eigentlich gar nicht liegen, ne? Und dann ist... Die Prüfung ist einfach schwerer. Genau. Dann ist aber wieder die Frage, was ist schwer? Das könnte ja auch jetzt wieder ne... Deine eigene subjektive Meinung sein. Find ich. Ok. Ja. Wie gesagt, ich hab halt keinen Vergleich. Ich hör's halt auch nur immer. Ich komme. Babys. Aber vielleicht ist es ja auch so ein Gerücht, weil nicht wirklich irgendwer einen Vergleich hat als Schüler. Genau. Man sagt's zwar nur immer, aber was jetzt so dahinter steckt richtig, das weiß man halt nicht so genau. Aber nochmal, um auf die Frage zurückgekommen, ich find... Geh doch in deinen Minecraft, da schlaf ich halt hier. Du hast das Bett. Ähm, ach so hab ich. Dann musst du ja ein neues machen. Nein. Gib mir mein Bett. Stell mein Bett auf. Ey, stell's nicht raus. So, darfst bei uns schlafen. Rangelei im Schlafzimmer. Weißt du... Also nochmal auf die Frage zurückgekommen. Ich find's gut, dass man das Abi ein bisschen verallgemeinern will. Das auf jeden Fall. Dann kann man sich auch nicht mehr beschweren. Äh, ich war in Bayern, da war das Abi schwerer, deswegen hab ich schlechte Noten. Das ist halt dann kein Argument mehr. Ich weiß nicht, ob das bei uns erstmal nur bundeslandbezogen war. Auf jeden Fall hatte ich das erste Zentral-Abi. Ja, ich glaub es war wirklich bundeslandbezogen, weil ich glaub der nächste Jahrgang, also die aktuelle Elfte jetzt bei uns schreibt dieses, äh, länderübergreifende Abi. Okay. Oder staatenübergreifende, keine Ahnung. Das gleiche wie in Russland meinst du? Ja, genau. Russland und Deutschland führen Zentral-Abitur ein. Genau. Vor allen Dingen in Wodka-Logie können die Deutschen dann einiges lernen. Richtig. Wie man ordentlich säuft. Bei den Bees ist grad schon ein... Ist was passiert jedenfalls. Die Kernschmelzer hat doch eingesetzt, verdammt. Das Bahn ist entstanden. Oh, schön. Koka. Ich frag mich halt, was das bringt. Jetzt hier so. Ja, vielleicht füllt sich das jetzt ganz auf. Kann ich das rausnehmen? Ich möcht's gar nicht probieren. Nein, nein. Nimm's nicht raus. Weil vielleicht, wenn's komplett voll ist, dann passiert irgendwas. Dann passiert was, ne? Fusion. Nein. Reinlegen kann ich auch nicht. Wie reinlegen? Hast du schon eins, oder was? Nee, nee. Das ist da entstanden. Ja, aber du sagst, du kannst nichts reinlegen, was? Hä? Ja. Also ich kann da jetzt keine Coms reinlegen, wo die Kokoa-Com gerade drin liegt. Ach so. Ach, du hast schon welche. Ja, die hab ich aus dem Abbauen bekommen. Ja. Ach so. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Was wollte ich denn eigentlich machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Was wollte ich eigentlich machen? Wir brauchen ein Ziel. Ein neues. Äh, genau. Falls ihr irgendwelche Sachen habt, die ihr uns mitteilen wollt von wegen Bies Mod. Weiß jetzt nicht wie der heißt. Ich glaub B, B-Craft. B, keine Ahnung. Bestimmt B-Craft. Ja? Was? Nein, alles gut. Bies-U-L. Bies-U-L heißt der. Magic Bies heißt der. Die magischen Bies. Yeah. Genau. Da gibt's ein Thema, was ich nicht ansprechen möchte. Aber was machen wir jetzt? Wollen wir vielleicht mal so einen Grundriss machen von unserem Schlösschen? Das wär natürlich auch so ne Idee. Ist halt die Frage, was brauchen wir alles? Wollen wir vielleicht vier fette Türme erstmal machen oder zwischen das Schloss oder? Vier fette Türme meinst du? Ja. So als, ich mein, wir haben unendlich Möglichkeiten, was wir jetzt machen. Ich wärs mal für ein Haupthaus irgendwie. So als Anfang. Weil da baut sich ja alles drumrum auf eigentlich. Zumindest links und rechts davon. Das heißt, wir bauen jetzt ein großes Hauptschloss oder Haupthaus. Und dann da so einzelne Module dran oder was? Genau. In die Ecke noch ein Turm oder so, wo man dann das Hexenzeug reinmacht. Ist jetzt Haupthaus gleich Schloss oder? Ja, oder? Ja, ich weiß es nicht. Für mich schon. Ja. Ach, hüpfen wir jetzt. Das heißt, das ist dann ziemlich groß oder was? Das ist ja der Thronsaal, ne? Da muss ja groß sein. Ja. Da kommen da übrigens drei... Ich throne ja da drin. Also deine Toilette quasi. Stille Örtchen meinst du? Ja, also um zum Thema zu kommen. Was packen wir denn ins Haupthaus rein? Betten? Drohne? Tröne? Ja, ist halt die Frage. Oder wir machen es halt schon mal richtig groß mit mehreren Stockwerken und so, dass wir halt schon mal da eine kleine Basis haben. Zum Beispiel das Sortiersystem könnten wir da reinpacken. Also im Keller dann das Sortiersystem oder was? Nein, im Keller kommt der der Bierkeller. Der kann ja in den Keller-Bierkeller. In den Unterkeller vom Keller. Ja, okay. Dann willst du das Sortiersystem ins Erdgeschoss setzen, dass man das so sieht? Ja, eben nicht. Aber ich meine, man könnte alles so groß bauen, damit das Sortiersystem da auch noch irgendwie reinpasst. So in die Zwischenwände? Ja, zum Beispiel. Da, wo die Marder und Dax unterwegs sind. Okay, ja. Können wir machen. Ich weiß ja nicht, wie beansprucht das vom Platz ist. Ja, ich eben auch nicht. Aber ich glaube nicht viel. Okay, los. Dann fang an. Was? Ich nehme mal Cobblestone. Davon haben wir ja genug. Ja. Mit dem Grundriss. Tausend Stacks passen da rein, ne? Obwohl, warte, ich nehme doch die Bricks. Die sieht man besser. Mehr genug dazu. Ja, dann nehme ich auch Bricks. Natürlich noch ein paar Cobblestone in die Furnazis rein. Ja. Ja. Wo soll das Ding hin? Also hier, ich... Machen wir es viereckig oder... Hm... Vielleicht so... Vielleicht die Ecken leicht abgerundet oder so. Also nicht ganz rund, aber viereckig finde ich immer so Bunker-Style. Ja. Dann machen wir vielleicht ein Viereck mit abgerundeten Ecken, wo vier Türme dran sind an den Ecken. Ja, das können wir machen. Dann kannst du ja vielleicht auch in einen Turm so ein Sortiersystem reinbauen und der ist dann halt nicht betretbar oder sowas oder irgendwie. Achso, du meinst, dass da die ganze Technik abläuft und das geht dann ins Schloss unten, so eine kleine Pipe. Ja, so ungefähr irgendwie sowas. Hätte ich mal gesagt. Sähe vielleicht ganz elegant aus. Und da kannst du oben noch ein Lichter reinbauen. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie groß das System halt wirklich ist dann. Ja, im Zweifel bauen wir es dann doch in den Keller und benutzen den Turm als Videospiele-Raum. Genau. Also, wo haben wir denn ungefähr die Mitte hier von unserer Base? Oh, warte. Jetpack geht gleich auf. Ich muss nochmal aufladen. Hier so kommt hin ungefähr, oder? Hier. Jo. Das passt. Gut, das heißt hier rum irgendwie. Da müssen wohl Schawo seine Pflanzen weg. Wir bauen das Ganze ein bisschen weiter nach links, damit wir rechts zum Beispiel noch so eine kleine Gartenanlage hinbauen können. Jetzt hat wirklich die Frage, wo wir es mittig, mittig machen. Willst du, ist das jetzt die Vorder- oder Rückwand oder genau die Mitte? Genau die Mitte ist von unserem Areal hier. Ungefähr. Ja. Dann würde ich halt sagen, dass wir das vielleicht als Vorderwand von dem Haus benutzen. Weil dann haben wir vorne noch ein bisschen Platz für so ländliches Zeug, weißt du? Oder willst du es komplett zubauen jetzt hier drin, das Schloss? Ne, ne. Also ich hatte schon auch die Idee gehabt, dass wir vielleicht einmal um die Burg, die wir jetzt da bauen, also um das Haus jetzt hier so einen kleinen Bach rumbaut. Ja, das können wir auch machen. Und so. Mit vielleicht so einem Gartenhaus, das wäre doch auch was geiles. Achso, meinst du, dass das hier so die Vorderwand ist? Ja, das hätte ich jetzt mal gedacht. Seht vielleicht gar nicht mehr so schlecht aus. Dann haben wir, guck mal, da haben wir noch genug Platz, denn ist noch ein Wählchen rechts die Farm. Das passt schon eigentlich. Hübsch, hübsch. Okay, dann machen wir mal hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Eins oder Zweier Mitte, also gerade oder ungereide? Zweier, oder? Obwohl. Wie bereits sollen wir den Eingang machen? Ja, den Eingang zweier, oder? Entweder Doppeltür oder ein Dreier-offenes Tor. Mit so einem Torbogen halt. Ja, genau. Dann eine Dreier. Warum eine Dreier? Da ist doch Vierer auch nicht schlecht, oder? Ja, stimmt. Dann lass uns Vierer machen. Oder eine Fünfer? Nee. Fünfer wird zu breit. Fünfer wird zu breit. Bei den Vierern kannst du in die Ecken schön so umgedrehte Stairs setzen. Dann sieht das eigentlich ganz geil aus. Ja, das sind halt deine Büsche im Weg. Ja, Mensch. Da kommen die jetzt halt weg. Nein, das haben wir kein Essen mehr. Oh mein Gott. Ich hab doch hier voll das Brot. Ich hab fast zwei Stück Brot. Da hat sich seit 50 Folgen nichts mehr getan. Wir haben noch nicht mal 50 Folgen aufgenommen. Genau. Das heißt, du hast noch gar nichts gemacht. Alles super hier. So. Ich glaub, es war elf, oder? Nach links. Die schönen Büsche. Ähm, wo machst du jetzt genau hin? Wo ist jetzt was? Muss ich nochmal kurz fragen. Der Orientierung halber. Wie, wo ist was? Achso, jetzt weiß ich nicht mehr, was die Mitte war. Mann, deswegen hab ich doch exzellig die Mitte höher gebaut. Hast du gar nicht. Du lügst doch. Na klar, ich hab doch so gemacht. Ach, das war für dich die Mitte, dieses Zweierteil? Ja, genau. Genau. Aber wir machen noch eine Viererbreite, oder nicht, von dem Eingang. Ja, ist ja egal, ob zwei oder vier. Kann man ja mal anbauen. Dann wird das jetzt die Mitte. So. Das ist doch jetzt nicht die Mitte. Das ist das... Hä? Hast du nicht gesagt, dass wir die Mitte... Genau, jetzt kommen die wieder raus. So. Achso, okay. Du musst jetzt noch nicht alle Büsche wegmachen, Piko, ne? Ne, nur bis, äh... Wir brauchen ja noch ein bisschen was zu futtern. So. Ja, wir haben noch voll viel zu futtern. Oh, sorry. Na gut. Ja, aber ich würde fast sagen, wir besprechen das vielleicht aufkönnen wir noch ein bisschen, damit wir euch damit nicht an zu viel, äh... Spoilern. Spoilern, genau. Haben wir von den epischen Planen und dann überraschen wir euch. Genau. Was ist, wenn man am Ende der Folge spoilert? Ist ein Hack-Spoiler. Haha. Nein. Achtung, Füße hoch. Sorry, sorry. Tut mir leid. Na gut, aber dann gehen wir heftig ans Plan. Hoffe euch hat's gefallen. Ja. Danke, hat mir sehr gefallen. Vielen Dank. Ja, genau. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Kein Problem. Du darfst immer wieder dabei sein, wenn du willst. Jaaaa, da geh ich ganz steil. Ganz steil. Ganz steif. Da geh ich ganz steif. Haha. Gut. So, ich bin fertig. Tschüss. Mir reicht's. Tschüss.